Du hast die Macht Hallo, ich bin Emilia von Du hast die Macht. Ein Nacktfoto ist schnell gemacht und noch schneller verschickt. Das nennt man Sexting. Immer mehr Jugendliche versenden ihre Fotos per Internet, per WhatsApp oder SMS. Vielen ist gar nicht klar, was das für Konsequenzen hat. Nicht selten finden sie ihre Bilder im Internet wieder, weitergeleitet, gepostet, öffentlich. Das Phänomen kommt aus den USA und wird auch hier mehr und mehr diskutiert. Lehrer und Initiativen warnen vor gefährlichen Konsequenzen des Sextings. Zum Beispiel Cybermobbing oder Erpressung. Es gibt aber auch andere Ansätze, zum Beispiel Blogs, die Regeln für das digitale Nacktfoto aufstellen. Wir wollen wissen, müssen Jugendliche besser aufgeklärt werden über Sexting und muss der Staat uns davor schützen oder ist das alles reine Panikmache? Weißt du, was Sexting ist? Sext was? Sexting. Nacktfotos verschicken per SMS, WhatsApp, Info. Ach so, ja. Weißt du, was Sexting ist? Sexting? Nein. Habe ich schon mal gehört, aber selber keine Erfahrung damit und ich finde das auch eigentlich nicht besonders menschlich, human oder vielleicht auch eher verachtend. Schon mal Erfahrung damit gemacht? Ja. Keine Erfahrung damit gemacht bis jetzt? Nein. Nee, persönlich nicht. Aber in deinem Umfeld? Ist schon mal vorgekommen, ja. Hast du das Gefühl, das kann problematisch sein? Ja, definitiv. Weil gerade wenn es junge Leute machen oder junge Mädels auch, ich denke mal Mädels machen es auch öfter als Jungs. Mir ist einfach, ich weiß nicht, mir ist einfach egal. Also die sollen machen, was sie wollen und sie wissen ja, was dann passiert mit den Fotos. Also wenn sie jemand verschickt, der hat danach drüber die Macht halt. Das ist jedem sein Ding. Da muss sich selber im Klaren sein, ob er es machen möchte oder nicht. Weil es natürlich sehr stark in die Privatsphäre eingreift und weil ich mir denken kann, dass die Personen, dass die Bilder veröffentlicht werden oder Videos, dass sie es gar nicht wollen. Ich glaube, das wissen schon die viele, dass man das nicht machen sollte, aber ich glaube, das machen ja eigentlich Leute, die zusammen sind und wenn sie dann Schluss machen, dann stellt der Ex das da rein. Wenn man dann nicht mehr mit ihm zusammen ist oder so, dann können die auch veröffentlicht werden oder ja. Das war bei uns schon so, in unserem Freundeskreis wurde es halt schon nach wiederum geschickt. In der Schweiz gibt es gerade so eine Anti-Sexting-Kampagne. Findet ihr, wir brauchen sowas in Deutschland? Ja, weil mir kennt es den Begriff gar nicht und ich denke auch so aufgeklärt sind viele Leute noch nicht, gerade Jugendliche nicht. Deswegen denke ich, wäre das eine gute Möglichkeit, es zu machen. Hast du eine Idee, was man überhaupt dagegen machen könnte? Ähm, ja vielleicht die Eltern mehr aufpassen darauf oder besser aufklären irgendwie über die Folgen, was da für Folgen daraus resultieren können. Würde euch denn überhaupt einfallen, was man so grundsätzlich mal dagegen machen kann? Also Apps verbieten, die das leichter machen oder ein Anti-Mobbing-Gesetz? Ist ja irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Man soll einfach, sie sollen einfach mehr nachdenken. Das ist meine so, man soll halt nichts verbieten oder so, sie sollen halt einfach mehr nachdenken. Ich glaube Apps verbieten jetzt nicht, also Snapchat ist jetzt die einzige App, die ich kenne. Ich würde die nicht verbieten deswegen, weil Snapchat, also ich habe das auch und ich benutze das nicht dafür. Nein, ich glaube das bringt alles nichts, weil dann werden nur andere Wege gefunden, wie man das umgehen kann. Ich denke, da ist einfach nur Aufklärung ganz wichtig, dass man mit den Jugendlichen spricht und dann müssen sie selber letzten Endes entscheiden. Aber wenn sie nicht wissen, was das für Folgen haben kann, können sie es ja auch nicht ändern. Sexting, wenige kennen den Begriff, alle kennen die Problematik. Aufklärung oder lieber verbieten? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Bis dann. Jetzt in drei Wochen wäre ich 23. Wir haben sehr viele Obdachlose, die sind psychisch krank. Hi, ich bin Ole und ich bin unterwegs, wie du hast die Macht und wie ihr das sehen könnt. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig kalt. Ihr sitzt wahrscheinlich schön im Warmen, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten, die sitzen nämlich in der Kälte auf der Straße und dafür ist der Kältebus da und ich will mal schauen, ob die irgendwie vielleicht meine Hilfe gebrauchen können. Gehen wir mal hin da.